Neu, geradlinig, rein. So präsentiert sich das neue Werk von GEMÜ in Emmen im Kanton Luzern in der Schweiz. In nur 18 Monaten Bauzeit entstand ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung, Fertigung und Montage von Reinraumprodukten. Auf 5300 Quadratmetern werden unter hochreinen Fertigungsbedingungen nach ISO 8 und ISO 6 Ventile und Baugruppen für die Pharmaindustrie, die Mikroelektronik und die Solar- und Halbleiterbranche sowie Kundenlösungen für die Medizintechnik hergestellt. Modernste Spritzgieße und Montagetechnik, gepaart mit der Erfahrung aus über 30 Jahren Kunststoffverarbeitung, machen dieses Werk zu einem echten Quantensprung. Klare, reproduzierbare Fertigungsabläufe sind insbesondere für die Medizintechnik wichtig. Labor- und Einwegartikel oder Formteile für Fixateure und Prothesen. In Emmen gibt es für jede Anwendung die optimale Form und den richtigen Kunststoff. Hochreine Kunststoffprodukte haben sich längst auch in der Solar- und Halbleiterfertigung sowie in der chemischen Industrie durchgesetzt. Der Kundennutzen liegt klar auf der Hand. Und noch ein Beispiel für die Anwendung von hochreinem Kunststoff aus Emmen. Austauschbare Ventilkörper für Pilot- und Forschungsanlagen. Die Single-Use-Technologie ermöglicht schnelle Prozesswechsel bei deutlich reduzierten Risiken. Maßgeschneiderte Kundenlösungen, Prozesssicherheit und Kostenoptimierung. Dafür steht das neue Rheinraumwerk von GEMÜ.